Was ist bakterielles Überwachsen von Dünndarm? Dünndarmbakterienüberwucherung ist eine Erkrankung, bei der die Bakterienkonzentration im Dünndarm ungewöhnlich hoch wird. Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall können auftreten. In schweren Fällen kann die Störung die Resorption von Nahrungsmitteln aus dem Gastrointestinaltrakt stören, was zur Ermüdung, Anämie und Vitamin- oder Mineralstoffmangel führen kann. Dünndarmbakterienüberwucherung kann nach Darmoperationen auftreten, in Verbindung mit Erkrankungen, die das Immunsystem beeinträchtigen, und kann die normale Darmbewegung stören. Die Behandlung von SIBO beinhaltet die Verwendung von Antibiotika, um das Gleichgewicht der Bakterien im Darm zu korrigieren. Der Dünndarm, auch Dünndarm genannt, ist ein schmaler Darmabschnitt mit einer Länge von etwa 6,4 Metern. Es verbindet den Magen mit dem Dickdarm oder Dickdarm, der kürzer und breiter als der Dünndarm ist. Die Nahrung wird im Dünndarm verdaut und durch die Darmwand in den Blutkreislauf aufgenommen. Während der Dickdarm normalerweise viele Bakterien enthält, enthält der Dünndarm typischerweise nur geringe Mengen an Mikroben. SIBO ist manchmal alternativ als SPBO oder bakterieller Dünndarmüberwuchs bekannt. Zustände, die die Muskelkontraktion der Darmwände verringern, die normalerweise dazu dienen, die Nahrung zu transportieren, und Bakterien aus dem Dünndarm in den Dickdarm drücken, können zu einem Überwachsen der Bakterien führen. Komplikationen im Zusammenhang mit Darmoperationen und Erkrankungen wie Morbus Crohn, bei denen der Darm entzündet ist, können manchmal die Bewegung von Nahrungsmitteln und Bakterien durch den Darm beeinflussen, was zu SIBO führt. Diabetes kann auch einen bakteriellen Überwuchs im Dünndarm verursachen, da er manchmal die Nerven schädigt, die an Darmkontraktionen beteiligt sind. Hypothyreose kann die Darmbewegung verlangsamen, und Krankheiten wie das erworbene Immunschwäche-Syndrom, das das Immunsystem unterdrückt, können zu übermäßiger Bakterienbildung im Dünndarm führen. Obwohl beide Zustände sehr ähnliche Symptome aufweisen und einige Ärzte vermuten, dass ein Zusammenhang besteht, gibt es keinen Hinweis darauf, dass SIBO den als Reizdarm bezeichneten Zustand verursacht. Die Behandlung des bakteriellen Überwuchses im Dünndarm umfasst im Allgemeinen die Verwendung von Antibiotika. Ziel ist es, die normale bakterielle Population des Dünndarms wiederherzustellen und die Symptome zu reduzieren. Alle zugrunde liegenden Bedingungen wie Hypothyreose werden ebenfalls behandelt. Eine Operation kann erforderlich sein, um Darmabnormalitäten wie Beutel zu entfernen, bei denen sich Bakterien möglicherweise vermehrt haben. In schwerwiegenderen Fällen müssen Komplikationen wie Dehydratation durch Diaryhöhe und Ernährungsdefizite möglicherweise durch Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeiten in eine Vene behandelt werden.